Ja hallo, mein Name ist Michael Hartmann und ich bin Qualitätsprüfer für zerstörungsfreie Prüfung von Beruf. Ich bin verheiratet und habe eine achtjährige Tochter. Die Sorge um die Zukunft meiner Familie war einer der Gründe, warum ich bereits 2013 Mitglied bei der AfD wurde. Im Wahlkreis 1 Ahlen kandidiere ich nun auf Listenplatz 1. Der Osthalbkreis ist für seine Bürger lebenswerte Heimat und soll es auch bleiben. Unsere Heimat, unsere Kultur und unsere Traditionen müssen deshalb erhalten bleiben. Eine Forderung der regionalen Wirtschaft und der regionalen Landwirtschaft unter Berücksichtigung von Umwelt- und Naturschutz sind mir sehr wichtig. Eine Kinder- und Elternfreundliche Familienpolitik mit einer lückenlosen Gesundheitsversorgung zur vollen Zufriedenheit der Bürger liegen mir am Herzen. Bodenständig wie ich bin, werde ich nach bestem Wissen und Gewissen Politik für unsere Ostalp machen. Bitte schenken Sie mir deshalb Ihr Vertrauen und geben mir am 26. Mai Ihre drei Stimmen.